Schalli hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Wir sind im Fahrstuhl und schauen mal was außerhalb des Fahrstuhls abgeht. Und auch von mir ein herzliches Grüß Gott. In Englisch, The Elevator. The Elevator. We left the elevator on the left side. Immediately. Oh, oh. Alter, warst du erschrocken? Siehste, Raucherhosen. Das habe ich noch nie geraucht. Da muss man dann bestimmt durchgehen, wenn es aus ist, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Auf mit der Birne. Ja, aber nichts zu messen. Das muss ja sein. Fressene Ratte, Mann. Guck, da hängt doch nicht umsonst einer rum. Oh, schmerzt mir immer zu. Hier, die Ratte isst mein Essen weg. Nicht essen, nicht draufkacken. Pfui. Markus. Ey, weißt du, wie du mich jetzt erschrocken hast, weil du mich so angeguckt hast? Alter. Ey. Scheiße. Oh, du Scheiße. Ey, ich bin eigentlich nicht so schreckhaft, aber das war jetzt echt gruselig. Auf einmal kommt dein Kopf hier um die Ecke, ey. Alter, mein Herz. Ach, das ist ein Kinderfänger. Cool. Ja, der Kinderfänger von oben. Bäm, aber ich bin ja nicht dumm hier. Aber er ist Kind. Aber auch den gelben Mantel, nicht so einen räudigen Grauen. Die scheiß neutralen Grauen hier. Wann bist du nur so verdammt grauen, Mann. Immer diese neutralen. Was ist denn da was? Ist das nur ein Schatten? Nein. Hey, boah. Das habe ich nicht so gemacht. Ist ja interessant. So, das funktioniert so schonmal noch nicht. Nope. Gibt's hier irgendwas? Hallo? Nothing. Nur verdammte, neutrale, graue Männchen. Du kommst gleich mal mit. Warum? Ich will nicht, ich will nicht. Das soll das sein. Da lebt kein Mann, oder? Das sind keine Kinder, glaube ich. Ich denke, das passt. Du bist nicht schwierig zum Einschätzen, immer wo es genau sein soll. Du musst weiter vorziehen, oder? Ja, ne? Du bist immer noch. Okay. Alter! Wo ist denn das? Schau. Kommt mir zu, ihr traurigen, neutralen, grauen Männchen. Oh! Oh! Verlaut du blöd. So, abrollen wäre die bessere Methode gewesen, oder? Ja, nicht die bessere Methode gewesen, aber ich glaube, das kann sie nicht. Oder ich, ich kann's nicht. So, ähm. Okay. Taps, 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 taps. Ah! 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 Eine... Kui-China! 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 Kui-Chin! Oder einfach Kiu-Chine. Ich dachte, ich kann das nicht aussprechen. Nuk-Nuk-Nuk-Laa! Dat knarzt! Das ist ja immer der Knarzt-Bogen. Das sind die sogenannten Knarzis. Der Aufmarsch der Knarzis. Scheiß Knarzi. Gut, dass hier so ein bisschen Stoff liegt. Hallo. Guck mal, was der hier macht. Oh, war der die Augen verbunden? Der hat keine Augen. Glaub ich. Was ist denn... Wer ist denn das? Das ist doch Edward! Johnny Dab! Der macht hier so... Frühstückspferdchen. Ihr könnt auch zum Liefern. Ich glaub, der macht so Frühstückspferdchen aus dem. Ja! Ich bin's! Woah! Shit! Ich bin's! Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben. Da schreit er an den Kopf. Und dann drückt sie dann auf. Und schon geht die Tube auf. Oh, oh! Oh, 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 oh! Das hat er wohl gehört. Und es war ja so wenig laut. Ich mach nicht mal mit. Ich bin jetzt nicht. Nicht nur hier. Ich bin jetzt nicht. Wenn ich dein Judge in die Hörger raus will, dann? Ich bin wirklich klar. Ich bin jetzt aus. Nicht weg. Warum hat der keine Augen? Warum hat der so einen zu kleinen Hut für seinen riesigen Schädel? Sehr mystisch der Typ. Ich weiß nicht ob du das schon hoch drehen musst. Du kannst dich auch da drüben drauf klemmen vielleicht. Weil das hört ja. Alter Schwede. Tja. Das fand ich schon ein bisschen spannend. Das hat. Du musst sagen ja. Spannung steigt. Alter Schwede. Also meiner ist das nicht. Ne. Ach, Licht im Dunkeln. Ach, jetzt habe ich es ausgeschnallt. Der speichelt immer an den Laternen. Ja. Ich nehme mal an. Noch mehr? Schöne. Folgen Sie dem Geruch. Und... Oh, der Scheiss. ... In Buchenwald sah es auch so aus. Wo? In Buchenwald. Ja, da. Oh, 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 oh. Ist da das Ungeheuer von Schwunesse? Oh, nein! Oh, fuck. Dieser kleine Schliebe. Let's go. Oh, ja. Hüpft doch, hüpf! Oh, nein! Nein! Warum geht das nicht auf dem Tisch? Ich glaube, man darf nicht vorher hüpfen, bevor man am Rand ist. Aber sie geht selbst so langsam durch. Das ist ja gar nicht. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ohhhhhhhhhh. Ich nehme weg. Ein guter Schusswimmer. Der Schuss, da wollt ich mir nur neue Schuhe abmessen. Ja, Gott! Oh, Mann! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh! Oh! Da und nein! Da wird eigentlich noch ein Luft fallen. Gehst du bitte weg? Was passt denn dir nicht? Gefährst du schon mit deinem Fahrstuhl? Ja! Er knirscht ein bisschen mit den Zähnen. Nicht, weil sein Gesicht so halb runterheckt. Oh! Vielen Dank! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein kleiner Schnitt, aber alles kein Thema Aber ein großer hässlicher Kopf über uns Dieser hässliche, 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 hässliche Das hat er ja selbst gemacht Guck mal, wenn die runterwerfen Was ist das denn schon? Was ist das denn? Was ist das denn? Nein, du langarmiger Nein, Alter Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Du darfst glaube ich nicht von dem Teppich runterlaufen Dann hört er dich auch nicht Hä? Was macht er? Er hat noch nicht gecheckt, dass er mich das glaubt Kannst du noch nicht von dem Teppich runterlaufen? Ja, das reicht Und den Affen natürlich nicht berühren Ja, das passiert Das ist so knapp Ja, aber wie viel gewinnen Wie viel gewinnen Ja, aber das ist der ganze Ja, ja Ja, komm schon, ja Ja, komm schon Nein, nein, nein Nein, das geht's auch nicht Was ist denn das? Das passt schon, aber Du darfst die Spieldings auch nicht berühren Ja, aber das geht ja nicht Ach so, das fällt runter Aber du warst doch schon da oben Na toll, und jetzt? Ach so Alter, du beschissen Boah Aber ein geiles Bild hängt da hin Ein Mischung mit Hase und Eule Ja Eine Heule Genau das Habe ich mir verkniffen Eieiei Meine Güte Hehehe So Ich denke Das war genug Genug Spannung Ja Für den guten Abschluss Jetzt ist es sehr rot Oh Gott Es nimmt schon sehr fahrt auf Oh 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 Jetzt noch schnell Oder Wir stoppen Jetzt ist es schön spannend Jetzt Äh Hab da Pech Genau Bis zum nächsten Mal Tschüss Und Ciao Ciao.